Sicherheit bei den großen und kleinen Dingen des Alltags. Das ist für die meisten Menschen ein Grundbedürfnis. Wir vom BBK kümmern uns mit über 300 Mitarbeitenden täglich darum, dass sie besser geschützt sind und wissen, wie sie sich selber helfen und schützen können. Denn manchmal läuft es anders als geplant. Eine Krise, ein schwerer Unfall oder eine Katastrophe verändern den Alltag. Ein Unwetter kann zum Beispiel das Stromnetz lahmlegen. Ohne Strom aber gibt es kein Wasser. Papa? Keinen Einkauf. Keinen Treibstoff. Im BBK analysieren wir diese Risiken und erstellen daraus Konzepte und Empfehlungen. Wir sind das Kompetenzzentrum für den Bevölkerungsschutz. Wenn Gefahr droht, brauchen Sie Informationen. Wir liefern die technische Infrastruktur. Und in kürzester Zeit wissen Sie Bescheid über Gefahren in Ihrer Stadt oder Region. Wir sind da, um Ihr Leben sicherer zu machen. Wir sammeln weltweite Informationen. 24 Stunden am Tag. Wir bewerten sie, fassen sie zusammen und leiten sie an die richtigen Stellen weiter. Im Katastrophenfall unterstützen wir die Bundesländer. Denn bei uns laufen alle Fäden zusammen. Und fehlen irgendwo Einsatzkräfte oder Hilfsgüter? Wir kümmern uns darum. Mit unseren Informationen versorgen wir die Länder und auch Ihre Ansprechpartner in den Kommunen. Und diese geben die Informationen an Sie weiter. Um optimal zu helfen, gehen wir noch weiter. So forschen wir zum Beispiel daran, aus welchem Material ein Schutzanzug gemacht sein muss, damit er die Einsatzkräfte bei einem Unfall mit gefährlichen Stoffen schützt. Wir entwickeln spezielle Fahrzeuge für den Zivilschutz, die auch bei besonders schweren Unglücksfällen oder Katastrophen zum Einsatz kommen. Wir unterstützen Feuerwehren und Hilfsorganisationen mit Know-how und Material. Für Übungen und den Ernstfall. Und wir schulen Fachleute aus Verwaltungen, Feuerwehren, Hilfsorganisationen und Unternehmen. Die Menschen, die in den entscheidenden Momenten das Richtige tun müssen. Nicht nur auf Orts-, Kreis- und Landesebene bereiten wir die Menschen auf Krisen und Katastrophen vor. Auch bundesweit. In der länderübergreifenden Krisenmanagement-Übung LÜKEX üben wir mit vielen tausend Beteiligten anhand fiktiver Szenarien das Krisenmanagement der Behörden und Organisationen, die Sicherheitsaufgaben in Deutschland wahrnehmen. Wir können schützen, informieren, helfen. Doch eins können wir nicht leisten. Für jeden einzelnen Menschen ganz persönlich vorzusorgen. Das müssen Sie selbst tun. Also, werden Sie aktiv. Wir helfen Ihnen dabei. BBK. Gemeinsam handeln. Sicher leben. Wir helfen Ihnen dabei.